Notfall in der Chemiefabrik! Georgia! Nicht! Weil Mädchen dürfen keine Feuerwehrmänner werden. So mutig wie jeder andere Junge. Das ist mein Traum. Das ist meine Bestimmung. Mädchen können keine Feuerwehrmänner werden? Die spinnen doch wohl. Sonderausgabe! Brandstifter schlägt wieder zu! Die Feuerwehrmänner, die in diese Theater gehen, die kommen nicht wieder raus. Du, nur für ein paar Tage, die Brandursachenermittlung leiten. Ich brauche ein Team. Hier ist der Plan. Ich trete Dads Team bei, Eierkarton für die Bauchmuskeln, Mango für den Bizeps. Und für den Schnurrbart... ...zu viel. Bist du einer der Freiwilligen? Könnte ich dich kennen? Also, er hier ist das Gehirn bei deiner Operation. Ricard! Oh, genau. Jin wird dich fahren. Er ist Manhattans schnellster Taxifahrer. Wer bist du? Oh, wer? Ich bin George. Mach langsam, Joe! Hast du überputiert? Hoch der Wasserdruck. Wir gehen rein. Lass die Show! Beginnen! Wirklich jetzt? Echt witzig. Du erinnerst mich an meine Tochter. Echt? Ja, das ist witzig. Wir dann nicht bei, was sie mir beibringen. Das ist kompliziert. Was? Weil sie ein Mädchen ist? Nein, weil sie meine Tochter ist. Ich meine, ich liebe sie. Ich liebe sie und mache mir permanent Sorgen. Oh. Oh. Sweet, just get away! Drifter haben müssen wir die Regeln nennen. Dann will nicht die erste Feuerwehrmannfrau. Dieser Job ist viel zu gefährlich. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass sie ihren eigenen Träumen folgen sollten. Ich habe meine nie aufgegeben. Die Schnurrbarthaare sind absolut überzeugend. Die sind vom Hintern meines Hundes. Das sind vom dépensig. disagreed. Dasch ist ein Zeichen.